Dein Buch, Dein Lehrer und Du, das ist ein Privatkurs. Der Unterrichtsort ist frei wählbar und die Lektion dauert 60 Minuten. Grammatik, Konversationskurse oder eine Kombination daraus? Sie bestimmen, was Sie lernen möchten und wir stellen Ihnen einen individuellen Kurs zusammen. Sind Sie öfters im Ausland? Via Skype können Sie den Kurs trotzdem weiterführen. Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bis bald!